Und ich meine, was auch unser Thema ist, dass vieles, was an welcher Linie und Struktur erkennbar ist. Nicht, dass sie ähnlich sehen, weil ich eher mit Strukturen und Linien arbeite, aber die Art und Weise, die Sachen zu wahrnehmen, haben mich berührt. Ich finde das auch immer wieder spannend, dass die eigene Sichtweise oder der Beobachter das Beobachtete erfährt und sich mitteilt. Das heißt, nicht viel vorausgeben, sondern selbst erfahren, wie die Menschen reagieren.